Musik Ich bin total gespannt, was jetzt gerade passiert. Denn wir haben die Themen alle aufgeschrieben und es wurde jetzt schon selbstständig sortiert, die Räume verteilt. Plötzlich gab es einen Moderator. Alle sind weg und ich bin gespannt, wenn sie wiederkommen. Aber der Schauspieler spielt gar nicht so ein Glas auf dem Tisch stand und so war es halt. Und dann stellt sich da zum Beispiel so eine Therapie zurück und dann haben sie so ganz schnell... Ja, genau. Aber wir haben ja quasi... Ich genieße das total, was gerade passiert. Ich kam gerade in der Atmosphäre. 80 junge Menschen, glaube ich, im Raum. Alle am Arbeiten, alle hatten das Gefühl... Ich glaube, alle hatten was zu tun, was zu denken und wirkten sehr produktiv und lebendig. Und ich freue mich auf alles, was wir uns noch ausdenken und was noch heute passiert. Ich bin ganz gespannt. Ich bin ganz gespannt. Ich bin ganz gespannt. Ich bin ganz gespannt. Ich bin ganz gespannt.